Aufnahme start Hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Aufnahmen Aufnehmen beim Streamen Ich habe schon mit Doom versucht Aber Doom wollte nicht, Doom sagte Nein, ich will deine gesamte Grafikkarte Ähm Und deine Niere Äh, also, ne Doom aber vielleicht als Display, keine Ahnung Jetzt geht es aber erstmal weiter mit Barotrauma Chat, noch hast du die Möglichkeit Hallo zu sagen Tu es nur für mich, oh Gott Hör nicht auf ihn What? Okay Äh So, eine schöne Mütze Trete ich mal, die ist so schön Bitte tu es nur für mich Wenn ich auf ihn, er hat mich gekippt Ich habe die Stiebe Ich bin gerade unter dem Keller Okay und damit Hallo YouTube Ich bin gerade noch, oh Gott Da sind wir, wo ist meine Maus? Hey, da, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Oh, oh, der hat eine Mission. Ein leicht verzweifelswirkender Mann läuft im Gang immer im Kreis. Als er dich sieht, leuchten deine Augen auf. Du kommst mit diesem U-Boot, das es gerade angelegt hat, oder? Nehmt die Passagiere an Bord. Ja, stimmt, komme ich, was die Passagiere. Nur mich und Drex, wir wollten Oma besuchen in der Nachbarstadt, aber irgendwie will uns niemand mitnehmen. Der Mann kann dir kaum ein paar Sekunden in die Augen sehen und liegt sich ständig nervös über die Schultern. Misstrauisch sein. In diesen Gewässern sind ständig Schiffe unterwegs, die bereit sind, sich ein bisschen Wasser zuzuverdienen, dem sie Passagiere mitnehmen. Du öffnest den Mund, um deinen Misstrauen Ausdruck zu verleihen. Und zwar beginnst du doch, der Mann unterbricht dich. Ich zahle dir 3000 Marken. 1000 bei Abreise, 2000 bei Ankunft. Hey, 1000 Marken? Ich bin zwei Abmarsch. Warte. Ich nehme mal schon mal die Waffe. Die Hand. Du explizierst gerade das U, dass der Mann, mit dem du in der Station geredet hast, weit grinsend auf einer Kabine, aus einer Kabine guckt. Willst du Rex kennenlernen? Und auch bevor du antworten kannst, springt die größte Schlammechse, die du je gesehen hast, hinter ihm aus der Kabine. Oh, lol. Vorsicht, reißt du und zuckst deine Waffe. Doch die Kreatur neigt nur den Kopf und sieht dich neugierig an. Ist ja nicht süß. Das ist Rex. Dieser Verrückte hat eine Schlammechse mit an Bord gebracht. Aber du musst ein bisschen aufpassen. Auf langen Reisen wird Rex manchmal ein bisschen knatschig. Nicht wahr, mein Kleiner? Ja, das wirst du, Rexi. Und dann sagst du, ach, what the fish? Oh mein Gott, was? Was ist das hier? Hm, die Kiste war aber eben noch nicht hier. Was Sachen nachgehen? Ja, muss ich ja wohl. Eine ganz gewöhnliche Lagerkiste, wie man sie auf ganz Europa zuhauf findet. Identisch mit den Kisten, denen du dein Vorräter erhältst. Du bückst dich, um sie zu öffnen. Als du über den Deckel heben willst, zieht ihn irgendetwas wieder zu. Wie, was? Was ist das hier für ein Zoo, alter? Wo war hier? Ah, das war's. Okay, jetzt fängt der Horror an. Wo ist der kleine... Da ist die kleine Schnicke. Was los? Was los? Auf wen schießt du? Oh, du Mistvieh. Oh, du Mistvieh. Okay. Soweit so gut. Wir sind jetzt auf der Fahrt in Richtung Mineranlage. Wir haben hier ein Haustier. Rex. So heißt der zweite Passagier von dem Typen, da der gerade verschwunden ist. Und in einer Kiste habe ich dieses kleine Vieh hier gefunden. Das hier, was ich in meinem Arm halte. Eine Psilokröze. Mit der ich spielen kann. Was ist das hier für ein Zoo? So, alles gut. Was ist das? 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 Was hast du da? Oh, 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 oh. Wir sinken, wir sinken. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Hier. Oh, oh. Wir sinken. Danke, Enttatz. Ich schneide die Maske an. Oh Gott. Oh Gott. Äh, hallo, Reparatur. Reparatur, Reparatur. Oh Gott. Oh mein Gott, das wird der Schlammengste gewesen. Alter, was zur Hölle geht denn jetzt ab? Weißt du was? Du hast es geschützt, meinetwegen. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab, Junge? Was zur Hölle? Ach so, okay, wir sind gedunken. Position beibehalten. Oh Gott. Oh Gott. Ach, du Kacke. Äh, ne Maske, ne Maske. Ich... Äh, Gott bin ich schlau. Verflext bin ich, Alter, schweig. Oh Gott. Habe ich das richtig verstanden, das... Was ist jetzt los? Oh oh. Äh, das Zeug ist alle, das Zeug ist alle, das Zeug ist alle. Wo ist das Uranium? Äh, äh, äh. Das Uranium ist alle, das Uranium ist alle, das Uranium ist alle, das Uranium ist alle, das Uranium ist alle. Äh, 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 schnell. Weiter. So. ist mein ernst wo ist unser kleines haustier wo ist unser passagier ich wusste es ja mal entdeckt war das stoff alles klar aber wo ist unser passagier 302 meter wissen fast da ja so ist unser passagier hier ist er doch meine güte als haustier ja da ist es wir sind fast da habe ich die kleine dingsgröße verloren ach so jetzt muss ich glaube ich automatisch hier manuelle steuerung oh okay jawohl jawohl nein man na na komm schon 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 ein bisschen nach rechts bitte was ist mit meiner steuerung los mann ich konnte das doch so gut ach komm schon komm jetzt ja was wieso was materialtransparentmieden außen porten warum gescheitert die fracht war doch da warum gescheitert 9 er kommt es gibt es doch nicht wir sehen unsere finanzen aus 2040 ah man oh ein clown hallo hey pssst ein bisschen dir ein scharfes Flüstern jemand in einem Clowns Kostüm versucht deine Aufmerksamkeit zu gewinnen anhören was er zu sagen hat er scheint dankbar dass du bereit bist ihm zuzuhören aber unter dem ganzen aber unter dem ganzen weißen Make-up ist es schwer zu sagen der Clown tritt nervös auf der Stelle bei jeder Bewegung wie ich seine Schuhe fortfahren soweit du den Clown verstehst wurde eine Lieferung mit dir Materialien von deinem Boot beschlagnahmt und er bittet dich sich zurück zu beschaffen ähm inwiefern der Clown ist überglücklich und sagt dir dass die Kiste in das Büro des Managers gebracht wurde zum Abschied trötet der Clown mit einer Hupe eigenartig ok was für zwielichtige Wachenschaften verdinge ich mich hier gerade ich stehe deine Vorratskiste auf der Beschlagnahmt das muss die Kiste sein die der Clown sucht du bückst dich und hebst die Kiste auf als dich wieder umdreht sich dein Wachmann mit gezogenem Schocklüppel vor dir wo willst du damit hin es ist beschlagnahmstes Material Wahrheit sagen ja warum nicht du erklastest du jemandem hilfst seine unrechtmäßig beschlagnahmte Fracht so zu bekommen unrechtmäßig ist sie klar dass du da hochgefährliche Terrorwerkzeuge in der Hand hältst der Wachmann öffnet vorsichtig die Kiste und gibt den Blick auf einen Haufen rot-weißer Kostüm und verschiedene Fahrradhuben hochgefährliche Terrorwerkzeuge das wüsste ich nicht ach man nimmt die die Kiste ab versucht weil ich ja wo ist die Schnecke ich glaube unsere kleine Schnecke ist weg mhm ripp kleine Schnecke äh da hinten genau so keine Mission aber diesmal gehen wir das Ding reparieren Captain oh mein lieber Captain was ist da drin ein kleiner Kriecher heraus bereitet dir die Augen aus ich wusste es das war beim letzten Mal auch so gut Was bist denn du jetzt? Geht das nicht? Na, dass sie geht. Geht das nicht? 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 Weiter geht's mit der Fahrt. Oh, wir sind fast drüben. Wir sind fast in Balaktan. Ja, ich bin drüben. Und? Hallo? Ah, Minen außenposten. Habitations außenposten. Komm, wir machen mal einen Rundgang. Die Signalbuje aktiviert. Die Signalbuje bleibt weiterhin aktiv. Warum? Ich hab doch alles gemacht. Oh, ich hab doch den Reaktor repariert. Ich hab die Schaltkreise repariert. Ich hab die Pumpe repariert. Ich hab die Wände zugeschlossen. Ey, du wirst mich doch veräppeln. Scooter in die Hand und ab geht's. Out, das war die Tür. Ah ja, der Reaktor. Sind wir direkt, oder was? So. Pröparieren. Ja, bitte. Nein, 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 nein. Ich steck mal hier drinnen. Ich hab das Wort zu sein. Hüllenbruch? Was? Was, 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 was? Ey, weh, wer wagt es hier, mein Schiff zu knabbern, während ich nicht an Bord bin? Was ist los? Was? Wir wurden... Ne Schlammechse. Ne Schlammechse hat gebordet. Ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Da ist einer. Okay, die leben. Oh mein Gott. Da wurden wir gebordet einfach mal. Ich glaub, es sagt's. Da kommt gleich noch ein 4 von rechts. Ich seh aber noch nix. Du willst mich doch veräppeln. Na oben. Ey, Alter. Wollt der Krieg? Oh. Jawoll. Jawoll. Und so. Jawoll. Yes. Belohnung 2200 MK. Okay, es hat sich gelohnt. Was ist das hier? Ja. Wir werden verschiedene Aufträge angeboten bei einem. Davon müssen einige Kisten Clowns Ausrüstung zu einem benachbarten Außenposten gebracht werden. In der Anzeige heißt es, wenn du Interesse hast, imitiere den Ruf deines Lieblingsvogels. Oh. Oh. Gleiches. Gleiches. Okay. Oh. Das Geräusch einer Fahrradkupe in der Ferne bestätigt, dass du den Auftrag zugeteilt bekommen hast. Wenn du den Außenposten verlässt, warte ein Container auf dich. Wir sind freigeschaltet gelobt. Sei die Tröze. Und bis jetzt. Oh. Und rechts zwei Objekte. Was ist denn jetzt los? Das war richtig. So. Oh. Grund dafür zu είblingsboden Meu somebody in Lez. Oh, bleib dran geht rede. Oh. Ich höre es mal ablixt. Ah, ablixt. Werden wir angegriffen? Meine Güte. Oh, was ist jetzt los? Sinken wir, oder was ist los? Ich kann mich veräppeln. Ich bin aber weg von meinem Boot. Die Leute, hört auf das Boot zu. Nicht, während... Alter, hört auf das Boot. Die Leute. Krieg noch ein Hals, was bist denn du? Lammkriege, oder was? Meine Güte. Dann bist du im blinden Punkt. Ein Neckbittschiff. Ja, was du nicht sagst. Oh. Mann. Ich gehe gleich raus und jag das Vieh. Sinken wir, wir sinken. Oh Gott, wir sinken. Wir sinken, wir sinken, wir sinken, wir sinken, wir sinken. So sinken wir. Achso, nein, wir sind weitergefahren. Oh. Alles gut. Das Vieh ist immer noch da oben. Aha. Es ist tot. So. Meine Güte, ey. Wir haben Feinde auf dem Radar. Zwei Stück. Drei. Zwei unten, sind einer oben links. Mit Kanonenreichweite. Wir werden angegriffen von unten. Was ist es? Ähm, hallo? Schanika, gehen wir reparieren. Oh Gott, wir sinken, 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 wir sinken. Ey, das ist die Höhle. Wir können ja auch eigentlich parken, glaube ich. Dann hoffen wir mal, dass mein Revolver genug Muni hat. Was ist das? So. Ah. Oh, ich hoffe mal, hier bin ich richtig. Oh, ich hoffe mal, hier bin ich. Yay. Ich hoffe mal, hier bin ich. Oh, ich habe keinen Dioch. du ja nicht jawohl wir haben wofür wir hergekommen so mission erfüllt würde ich sagen wo ist noch schnell andocken los jawohl na 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 da kommt schon noch ein bisschen jawohl andocken missionen erfolgreich 4000 und 2500 mark nice also 6500 insgesamt hurra So, folgendes, meine Damen und Herren, ich würde im Prinzip sagen, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, tschüss YouTube.